Hallo Menschen, ich bin jetzt in einem Club oder in einem Bar und ich bin willkommen bei einem Jahr im Karschoffen gefunden. Es gibt jetzt heute Karschoffertreffen und ich hoffe, es kommt jemand, weil jetzt bin ich die Einzige hier. Es ist hier ganz schön, ganz interessante Kerzen und viel Musik. So ein besonderes Licht irgendwie. Ja, das ist cool. Und ich weiß, dass andere Menschen, sie müssen so aus vielen verschiedenen Ländern kommen. Sie sehen uns schon. Hallo, das ist unsere Videosendung Barcelona in einem Monat. Und wir befinden uns jetzt in einem sehr schönen Ort, in einer wunderbaren Bar. Ja, hier ist echt gut. Genau, das ist vielleicht der beste Platz, der beste Ort, wo ich war in dieser Woche. Und wir haben jetzt heute, also diese Apule Cocktails, das ist ein Rescaranda aus Apfelsaft und Blackberry Porea, noch was. Und ja, diese typische spanische Spezialitäten Tapas. Also, mit welches Brot, mit Hummus, mit Hummus, dann natürlich die Oliven, also sehen Sie das. Und dann noch etwas wie die Paenje. Aber ich weiß nicht genau. Und noch irgendwelche komische Sachen. Ah, das ist geil. Viel Auftanzen. Ja, diese Bar ist einfach phänomenal. Das ist halb eins. Und wir befinden uns jetzt neben der Bar Café Tan Berete. Ja, das ist so wie die Barcelona in der Nacht. Und heute war ein sehr schöner Ort. Und wir befinden uns jetzt neben der Bar Café Tan Berete. Ja, das ist so wie die Barcelona in der Nacht. Und heute war ein sehr schöner Abend. Wir haben da gesetzt. Es war eigentlich Kauschstoffvertreff, aber es gab keine Kauschstoffe. Aber trotzdem, ich habe zwei coole Menschen kennengelernt. Und das Essen in dieser Bar ist wirklich egal und super billig. Ja, das habt ihr ja schon gesehen in meinem letzten Video. Und also, ich empfehle diesen Ort zu allen Menschen, die kommen hier bestimmt nochmal. Weil früher ist egal, die Musik ist super. Und jetzt müssen wir nicht nach Hause gehen, weil es reicht ein bisschen. Also, tschüss. Tschüss. Möchtung. 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 Vielen Dank.